Hallo zusammen, man ist ja völlig hin und her gerissen, mal sagen die Politiker und Fachleute, so und mal so, also unterm Strich bleibt wohl übrig, auch die Geimpften können das Virus übertragen, sie können krank werden, sie können ansteckend sein, da muss man sich doch fragen, dass man ja nach der neuen G2-Regelung als Ungeimpfter an vielen Veranstaltungen nicht teilnehmen darf, an den Veranstaltungen, wo die Geimpften, die also wie gesagt ansteckend sein können und das Virus übertragen können, wo die ungeschützt und ohne Masken feiern dürfen, dicht an dicht, da kann man doch als Ungeimpfter wohl wirklich froh sein, wenn die Politiker so fürsorglich beinahe sind und uns vor Ansteckung schützen und uns da nicht reinlassen, also ich als Ungeimpfter fühle mich sehr sicher mit dieser G2-Regelung, ich brauche keine Angst haben, dass ich mich anstecke, ich bleibe einfach draußen, ja Herr Spahn, Herr Lauterbach, ja Frau Merkel, wer auch immer dafür verantwortlich ist, herzlichen Dank, ich kann mich nicht anstecken, ich bleibe gesund, dank Ihrer G2-Regelung, behalten Sie die bei, ich spare Geld, mache meine eigenen kleinen Feiern, finde meine Unterhaltung, da wo ich sie suche, es ist alles wunderbar, herzlichen Dank, liebe Regierung, liebe Experten, macht weiter so. Ein weiterer Vorteil ist, wenn ich mich nicht anstecke, kann ich auch keinen Long-Covid bekommen und ich als Ungeimpfter muss auch nicht befürchten, dass es eventuell ja Folgeschäden durch die Impfung gibt, dass eventuell Langzeitnebenwirkungen auftreten, die wir jetzt noch nicht kennen, ein weiteres Phänomen in dieser Pandemie ist, Long-Covid hat man schon festgestellt, Langzeitnebenwirkungen noch nicht, gut, das ist so, das nehmen wir auch hin, Leute, wenn ihr ungeimpft seid, lasst euch nicht unterkriegen, lasst euch keine Panik machen. Und noch eins, wir wollen hier nichts gegen eine Impfung sagen, nicht argumentieren, dass die Impfung vielleicht nicht gut sei, das muss jeder für sich selbst entscheiden, denn ihr könnt ja den Fachleuten vertrauen und euch durchaus impfen lassen. Leute, jeder wie er möchte, habt einen schönen Tag, wir sehen und hören uns, bis zum nächsten Mal, macht's gut, tschüss, ciao. – Bis zum nächsten Mal.